Autschi! Ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern. Doc? Wir haben angelegt. Aber wo sind die denn alle? Ah, ein Zettel von Bozo, dem alten Piraten. Guten Morgen, Schlafmütze. Doc hat Goal in seine Praxis gebracht. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Blut aus den Ohren. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke? Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus? Ich würde ja gerne behaupten, dass ich nicht im Müll wühle. Aber wem will ich etwas vormachen? Das hier ist immerhin Deponia. Uh, glitschig. Ist das eklig? Nein, es reicht. Ich gehöre hier einfach nicht her. Ich... Moment, was ist das? Hey, das ist ja mein alter Sardellenköder. Der ist doch noch gut. Es geht doch nichts über frische Seelift. Der Geruch von Abenteuer. Freiheit. Der toxischen Chemikalie. Und Tonis Mutter. Psst, du verscheust die Fische. Fauler Fisch. Na dran. Aber dieser Eingeborene bietet eine willkommene Gelegenheit, mein kosmopolitisches Geschick und meine polyglotten Skills anzuwenden. Ich, Rufus, wo ich finden, dockt sein Labor. Redest du mit mir, du Affe? Für Leute wie dich haben wir Stadtpläne aufgestellt. Du meinst durchreisende Helden? Ich meine Leute, mit denen wir nicht sprechen wollen. Nur zur Information. Ich verfüge über einen hervorragenden Orientierungssinn. Deine dämlichen Stadtpläne brauche ich nicht. Und warum schaust du ihn trotzdem an? Tu ich nicht. Ich werfe ihm einen verächtlichen Blick zu. Docs Praxis ist im Industriegebiet. Aber wo ist die Stellung? Egal, dann gehe ich wohl erst mal Doc besuchen. Was bist du denn für ein niedlicher Wauzen? Ich muss das Pferd bitten. Mein Name ist Cleverbyte. Ich bin eine autonome, kibanesisch, hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbyte. Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitkreisen mit organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Leitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht. Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig für einen Cyberdingstar Wauzi. Aber wie sagt man doch so schön, Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi, Nerdgefase, Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cybermaulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erst mal an mir vorbei, oder? Pff, ich lasse mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja auch ein überlegener Kybernetischer. Mimimimi, überlegen Mimimi. Ich werde dir schon zeigen, wer hier überlegen ist. Platz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Das liegt daran, dass du nur ein dummer Hund bist. Vielleicht würde es helfen, wenn du in ganzen Sätzen sprichst. Mach Platz. Bravo. Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, dann gelingt es dir eventuell sogar, einen ganzen Satz zu bilden. Ein Platz. Hiermit fordere ich dich auf, einen Platz zu machen. Brav hast du das gemacht. Aber ich weiß dir immer noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Na, Platz. Platz halt. Hier. Ich werde nicht mehr. Lass mich durch. Ich muss zum Doc. Oh, das geht leider nicht. Wenn ich dich durchließe, würde ich meine ganze Disignation als Wachhund kompromettieren. Ich komprimier dir auch gleich mal was. Ich glaube, du vergisst, wer hier die überlegene Spezies ist. Warum packst du das mir doch nicht einfach? Lässt du mich bitte herein? Hm, das klingt zum Dessert. Aber ich habe das vierte Wort nicht ganz verstanden. Bitte. Bitte spreche dir direkt in das Audiointerfait. Meinetwegen. Bitte. 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 Aufhören. Bitte aufhören. Meine Zeitkreise überladen noch. Wer ist ein artiger Roboterhund? Lass mich kurz darüber nachdenken. Deine Mutter vielleicht? Was? Ach, du Mieser. Blöder Köter. Gibst du etwas schon auf? Enttäuschend. Na, schau mal, was ich hier Feines habe. Und jetzt, sei ein braves Hundchen und hol das Stöckchen. Was ist? Hol das Stöckchen. Oder bist du etwas zu blöd dafür? Ja, genau. Das wird sein. Hol das Stöckchen. Nein. Du holst jetzt das Stöckchen. Aber pronto. Wenn du das Stöckchen so gerne hast, hol es doch fest. Und wenn du schön brav bist, lass ich dich dann vielleicht sogar durch. Na los, ich habe gerade ein Stöckchen geworfen. Und du bist ein Hund. Also, was tut ein Hund in einem solchen Fall? Ich warte darauf, dass sie sich noch mehr zum Affen macht. Mö, falsch. Du apportierst den Stock. Oder bist du dazu zu blöd? Warte. Ich mache es dir vor. Oh Junge, das hast du sicherlich gerade getan, oder? Ich werde es nicht mehr. Hehe, genau. Dieser bellende Mülleimer hält sich vielleicht für schlagfertig. Aber gleich werde ich ihm zeigen, was Schlag, äh, wann, wann der Schlag fertig ist. Was so ein Schlag. Ach, egal, irgendein geniales Wortspiel mit Schlag halten. Hehe, Schlag, wegen elektrischem Schlag und so. Ach, Rufus, du brauchst keine Pointe, um brillant zu sein. Hehe, jetzt wird er sein blaues Wunder erleben. Hey, was ist los? Gibst du etwa schon auf? Ja, so hattest recht. Diese Stöckchen-Dach ist einfach zu hoch für mich. Du verblödete Gullitöle. Hier, so geht das. Du nimmst den Stock in den Mund. Oh Junge, ich werde nicht mehr. 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 Hey Doc, Rufus. Endlich. Goal hat es diesmal ganz schön erwischt. Aber wie ich sehe, hast du alles im Griff. Ich geh da mal Bozo suchen. Er sagte was von einer Spelunke. Das Implantat ist schwer beschädigt. Ich muss sofort operieren. Es gibt nur ein Problem. Der Datenträger wird die Prozedur nicht überleben. Und das ist schlecht? Na ja, ihr ganzes Bewusstsein ist darauf gespeichert. Ihre Erinnerung, ihr Charakter, die Aufstiegscodes. Ich kann die Daten retten, aber ich brauche einen Satz leerer Datasetten. Und diese Datasetten sind schwer zu bekommen, ne? Wieso? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt. Hier bekommt man einfach alles. Und Hirnimplantate sind der neueste Schrei. Ich habe gerade neulich wieder eins eingebaut. Du bekommst die Datasetten im Gadget Shop. Was? Wieso ich? Weil ich die Operation vorbereiten muss. Und ich muss mich mit den lokalen Gepflogenheiten auseinandersetzen. Bozo sagte was von einer Spelunke. Rufus. Ist ja schon gut. Die Datasetten gibt's also im Gadget Shop. Der ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Die billigeren verursachen nur Probleme. Pfff. Ist ja dein Geld. Das ist ja dein Geld. Hey du. Wer? Ich? Nein, wir reden mit dem Pferd, das hier hinterherläuft. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du vorhast. Da wisst ihr mehr als ich. Neuigkeiten verbreiten sich schnell auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du hast ja etwas sehr Wertvolles. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Hm. Und eure Hände sind die richtigen. Lagen wir einfach. Wir sind Freunde. Wir sind die Guten. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung durch den Organon. Tod dem Organon. Der Organon plant etwas. Etwas Unaussprechliches. So unaussprechlich, dass wir nicht darüber reden können. Wir müssen los. Wir haben schon zu viel erzählt. Aber wir kommen wieder. Und dann holen wir uns, was uns zusteht. Sprich mit niemanden darüber. Sei auf der Hut. Und vergiss nicht, wer deine wahren Freunde sind. Tod dem Organon. Tod dem Organon. Was war denn das jetzt? Wen haben wir denn da? Wenn das nicht der Neuankömmling ist, von dem alle reden. Tun sie das? Wird ja auch Zeit. Die Geschichten von meinen Heldenkarten sind alle noch untertrieben. Wir sind nicht interessiert an Märchen. Du hast etwas, das wir haben wollen. Zu dumm. Mit gutem Aussehen muss man geboren werden. Wir reden von den geheimen Aufstiegscodes. Die Aufstiegscodes? Nur über meine Leiche. Wartet, lasst mich das umformulieren. Oh oh. Er hat sie nicht dabei. Er ist wohl doch nicht so dumm, wie er aussieht. Und was machen wir jetzt? Wir sollten der Donner Bericht erstatten. Warte Leute trifft man hier. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. Was soll das denn? Ein Gitter. Hey. Hallo. Was heißt denn hier? Frechheit. Du, du, da, du, 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 da, du, 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 da. Gru, refus, gru, refus, gru, refus, super, duper, du, fuß. He, he, he. Ach, man kann über diese Schwarzmarktpenner sagen, was man will. Aber sie verstehen was von guter Musik. Das war so, wodurch wir Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die erste Sorte heißt Platinum Proof Professional Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität Es gibt aber noch eine billigere Sorte Cowboy Dodos lustige Allzweckdatasetten Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig Dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu Ein Lolli? Also, welche Marke darf es denn sein? Sind es auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich! Immerhin geht es hier um Golds Bewusstsein Na, dann kann es ja losgehen Hmmmm 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 Hat es funktioniert? Ich weiß nicht Irgendwas stimmt nicht Hmmmm Rufus? War ja klar Warum drängt sich eigentlich immer, wenn ich dich sehe, dieselbe Frage auf? Wer ist der gutaussehende Typ in dem Mandel? Wo bin ich hier? Weil dich meine magnetische Ausstrahlung orientierungslos macht Hmmm Im Ernst? Wohin hast du mich diesmal verschleppt? Und warum stinkt es hier so? Das ist hier der schwimmende Schwarzmarkt Du bist in Sicherheit Sicherheit? Rufus, ich war gerade auf dem Weg nach Elysium Okay, schon, aber mit dem Falschen Cletus wollte mir helfen Und du traust diesem verlogenen Schmierlappen? Tja, wem glaube ich wohl eher? Meinen Verlobten oder seiner billigen Imitation? Was ist denn bloß los mit dir? Was los ist? Ich wache auf und finde mich in einem stinkenden Folterkeller wieder Das ist los! Mich juckt es bereits überall Nur weil ich diese schadstoffverseuchte Luft atmen muss Mir wird übel, ich muss hier raus Sie ist ganz schön sauer Das täuscht Ich habe eine gewisse Wirkung auf temperamentvolle Frauen Sie werden temperamentvoll? Sehr witzig Aber sie kam mir tatsächlich ein wenig biestig vor Bist du sicher, dass du bei ihr nichts durcheinander gebracht hast? Hm, ich glaube ich habe tatsächlich eine Erklärung Die Datasette wurde nicht vollständig beschrieben Fast so, als wären es die Billigen gewesen Nicht billiger als deine Ausreden Wie es scheint, wurde ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten Die Frau, die da gerade aus dem Labor gestapft ist, ist also nur ein Teil von Goal? Und nicht der angenehmste, wie ich hoffe Echt mal, Doc? Ich dachte, du bist ein Fachmann Es ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe Dazu brauche ich allerdings alle drei Datasetten Also auch die, die jetzt gerade in ihrem Implantat steckt Außerdem kann ich den Eingriff nicht ohne die Unterstützung der Patientin vornehmen Also müssen alle drei Teile von Goal kooperieren, bevor ich mit der Operation loslegen kann Na, so wie die gelaunt ist, ist sie bestimmt ganz begeistert, sich nochmal den Schädel aufklappen zu lassen Ja, vielleicht fängst du lieber mit einem anderen Teil ihres Charakters an Hä? Nimm die zwei Datasetten, die noch im Auswurfschacht liegen Und das hier Was ist das? Eine Fernbedienung? Nicht ganz Siehst du das Fach an der Rückseite? Leg einfach eine der anderen Datasetten ein und drück den Knopf, wenn du in Goals Nähe bist Sag ich doch, eine Fernbedienung Es ist schon etwas komplizierter Die Daten werden in einen Puffer geschrieben und... Ich kann zwischen zwei Charakteren hin und her zappen Nein, ja, so ähnlich, aber... Wie bei einer Fernbedienung Genau, wie bei einer Fernbedienung Cool So eine hätte ich mal für Toni haben sollen Beeil dich, Rufus Je länger sich die einzelnen Charaktersplitter an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben Umso schwieriger wird es, sie zur Operation zu überreden Suche Goal und überzeuge sie Alle drei Teile von hier Ich bereite hier schon einmal alles Weitere vor Na dann, auf geht's Ich habe eine Fernbedienung Ich habe eine Fernbedienung Ich habe eine Fernbedienung Wie bei einer Fernbedienung Wie bei einer Fernbedienung Wie bei einer Fernbedienung Was aber nicht Wie bei einer Fernbedienung Siehe ich bei einer Fernbedienung Und ich bin schütze, warte Teile, ein O, O, sole Mio Mio! Mio! Mio!